Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Parellschaltung von Induktivitäten, beziehungsweise von Spulen, wenn ich die Parell schalte, was ist jetzt meine neue Gesamtkapazität, also meine L-Gesamt von 3 Spulen, die ich nebeneinander schalte, was habe ich dann jetzt hier für eine Gesamtinduktivität? Und wie berechne ich sowas? Also bei der Parellschaltung habe ich folgendes Verhalten, 1 durch L-Gesamt ist 1 durch L1 plus 1 durch L2 plus 1 durch L3. Jo, jetzt nehmen wir hier nochmal ein paar Werte her. Hier haben wir 1 Henry, hier haben wir 2 Henry und der bekommt 3 Henry. Das ist schön einfach zu rechnen, das ist 1 durch 1 Henry plus 1 durch 2 Henry plus 1 durch 3 Henry. Und das Ganze ist 1 durch L-Gesamt. So, dann fasse ich das hier zusammen. Das ist, wenn ich es in den Taschenrechner eintippe, 1,83 1 durch Henry ist 1 durch L-Gesamt. Jetzt muss ich das Ganze noch kippen. Habe ich L-Gesamt ist dann 0,54 Henry. Henry, das ist meine Induktivität von diesen dreien in dieser Parallelschaltung. Also die gemeinsame Induktivität. Jo, hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich hier so über den Daumen hoch freuen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektro-Technik in 5 Minuten. Und ja, wünsche euch noch einen Tag.